Herzlich Willkommen Leute zu Ultimate Chimera Hunt mit Rens, Gogo by Krabs, Anne, Nigel, Nephi, das ist Julia, Shigo, Mir, Nephi, hab ich, ne ich hab einen, oder? Kapuze! Es werden nicht alle angezeigt, deswegen. Kapuze ist ein Gebieter. Wir spielen Ultimate Chimera Hunt und Kapuze, der steht in ihrer Liste. Wir spielen Ultimate Chimera Hunt, einer ist das Monster und muss uns fressen und wir müssen den Knopf auf dem Rücken des Monsters drücken. Kapuze, Kapuze! Anne, komm, stell in eine Falle! Anne, ihr auf die Straße! Schwein, Schwein! Und dann springe ich hier so runter auf sie. Alle, das kann man nicht machen. Die Kamera ist übrigens noch bei mir verwackt. Der Tisch! Ich kann nicht aufhören zu Siegsschweinen. Wo ist das Schwein? Wo ist das Monster? Wo ist das Schwein? Hinten auf der Treppe. Guck mal, du hast in das Haus reingezogen. Ich meinste dich doch gar nicht. Er ist nach oben, komm mal nach runter da. Oh, nicht sagen wo das ist. Anne, Anne! Kapuze! Lock sie hierher! Wo ist sie denn? Du hast ein Wein in der Hand! Ich seh nicht! Du trinkst ein Wein, wie geil ist das? Da ist das Monster! Hallo! Hab sie! Jawohl! Alter! Dat Movement! Wie Schwein! Wie Schwein! Oh! Der Gruß hat ein bisschen Falsches, Leute. Ich kann nicht helfen. Jedes Mal, wenn du den Monster tötest, wirst du einen neuen Rang bekommen. Wenn du aber gefressen wirst, verlierst du alles. Dann wirst du echt alles? Ja, du bist dann wieder Leidleins. Ja, du verlierst alle deine Ränge. Der Gruß erredet mich ein bisschen an irgendeinem Geschichtsunterricht, aber ich kann es nicht zuordnen. Was war doch... Hallo! Nein! Ich hab die Ente in der Hand! Ich hab die Ente geklaut! Boah, wie dreist! Meine Ente! Hallo! Hallo! Sieg Schwein! Oh, ich war der noch nie! Oh, wie eine neue Musik, wenn du ein anderes Schwein bist. Das ist geil, ne? Echt? Wie langsam ist der denn? Oh, da ist es! Da ist es! Leute, bei mir! Hier, Kapuze ist! Komm! Ich fängs ab! Komm her! Goro, okay, okay, okay! Ich geh andersrum! Warte! Da ist er! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Er hat gefiert! Er hat gefiert! Haben wir gewonnen! Nein, nein, er hat gefiert! Aber bei mir funktioniert das nicht mit E! Ja, hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich stand direkt dran. Ihr wart gefiert, Leute! Das dauert schon lange. Ich bin bei der Weile ziemlich weit weg, weil ich anders rumlaufe. Wie kann man denn mit dem R... Also nachladen. Achso, ne, was meinst du denn? Ich muss mit dem Schwanz hauen. Er, er! Dann steigen los und warten. R ist ja nachladen bei dir wahrscheinlich. Ja, genau. Uh, da ist es! Ja. Hast du das gemacht? Muss man E drücken? Wow, Skill dann! Skill! Muss man E oder R? E! Was denn? Auf den Knopf mit E! Wie seh ihr alle... Und der Schwanz... Anne, is it! Wer ist hier Major-Schwein? Nephias! Ich bin Captain-Schwein! Da ist es! Da ist es! Der stürmt für die Bestie! 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 Boah, was ist das? Hä, was muss man am Rücken? Komm mal! Was schwingst du denn im Rücken? Ein starkes Monster! Äh... Fressen! Linke Maustaste fressen! Linke Maustaste fressen! Rechte Maustaste fieren! Und er zum Schwanz. Oh Mensch! Da! Parkplatz! Oh, Anne wurde stimuliert! Hey! Oh! Äh, Schweine! Hey! Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Hey! Mir kommt einer von hinten! Da, du! Da, du! Hör auf! 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 Du kannst ihn in die Engel erschaffen... Los! ... wir haben schon mit uns! Hör auf! Hör auf! Dalu! Er packt schon, Leute! Ey! Oh ja 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 Ja! Uuuu! Ja, gut, da hab ich den abgelenkt! Okay, Jahrhör, super! Aber wenn du jetzt die Frage stellen, was es bringt... Du hast... Du hast ein Glas! Um zu bringen, dann kann man schneller oder länger laufen. Das ist wirklich unfair, wenn man noch nichts macht. Ich will doch auch mal gewinnen. Nein, das ist wirklich unfair. Wenn das Feed regt Spawn und ist im Single von allen jungen Viechern. Genau das. Hallo, wie ein Schwein. Wie ein Schwein. So ein Schwein. Das ist nicht, dass ich hier wieder bei dem Schwein spawne. Das ist tatsächlich voll anders die Mucke dann, wenn man einfach Spawn ist. Ich bin ein Geist. Doch, rechts. Das ist doch nicht wahr. Okay, Leute, machen wir eine neue Regel, dass man am Spawn nicht gleich E drücken darf. Ja, okay, nicht direkt. Wieso, du kannst auch direkt rechts klicken machen. Ja, aber dann machen wir das beides halt. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie viele Leute bei dir waren. So eine 5-Sekunde-Regel halt. Siehst du, jetzt sind alle geviert hier. Ja, aber eine 5-Sekunde-Regel wäre doch okay, oder? Hallo, Anne. Anne, du bist ein einfacher Schwein. Hol das Monster. Nein! Soll er? Ich hab mich für euch geopfert, ja? Die Ente! Nimm die Ente! Ich find das gar nicht so schnell, das olle Vieh. Das Vieh ist aber nicht so schnell. Anne! Ich bin immer noch Major, sehr gut. Weg, 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 weg. Das Kutze ist es, Leute. Er macht die Vierecken. Was? Ich schnavoliere euch! Ich schnavoliere euch! Ich schnavoliere euch! Ich schnavoliere euch! Du musst eher auf dem Rücken drücken. Ah, kaputte! Du musst ja genau mit der Schnauze auf den Button zeigen. Irgendwann krieg ich das noch raus. Oh, Grants! Ich hab'n Cape! Ich hab'n Cape! So, was wird denn das, Grants? Ja, eigentlich brauchen wir nur einen Raum da, Lu. Oh-oh! Machen wir, dass wir ab 9 Minuten 50 erst irgendwas machen dürfen. Ja, bei 59. Ey, nicht mit dem Cape! Weg hier! So, jetzt! Der Schwanzweger ist, glaub' ich, der Trick. Wie macht man den? Der Schwanzweger, den hab' ich vorhin auch gemacht. Nee, den hab' ich vorhin gemacht, sonst hat nichts passiert. Doch, du schleuderst die dann so weg. Oh, jetzt bin ich hier. Ja, muss man wahrscheinlich warten, bis die Nagel... Bei 59 erst! Bei 59 erst! Ich hab'n Cape! Ich hab'n Cape! Oh, da hat die Krabs halt Angst. Krabs! Wo ist er? Jetzt pack' ihn! Jetzt pack' ihn! Jetzt pack' ihn! Jetzt pack' ihn! Oh, das gibt's doch nichts! Oh, Juno! Oh! Ich hab's gemacht! Wie kannst du nur... Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Oder? Nein, diegadieren wird man nicht. Oh, was hab' ich jetzt? Ich hab'n Fahrrad, Leute! Ich hab'n Fahrrad! Oh, Krabs haben alles geahnt! Geholt gewacht! Entschuldige! Oh, da war's aber noch nicht 59! Kranz war das! Ja, tut mir leid! Die Ente geklaut! Wollt die Ente haben! Oh, oh! Da ist... Immer auf meine Ente! Das Problem ist, du weißt immer genau, wo das Monster spawnen! Ja! Nee! Ich bin's Fünferman! Ich mach' jetzt auch was anderes! Ja, du machst ne andere Gruß, Kranz! Was ist das für ein Gruß? Ich hab' meine Gesinnung geendet! Mach' mal... Mach' mal den Gruß, bitte! Ah, da los! Kranz, mach' mal den Gruß! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Du bist scheuer! High Five! High Five! Ich bin Major-Schwein! Boah, alle am spawnen, ey! Ich bin Beto-Schwein! Alle lieb sein! Ich warn' euch! Ich fress' euch! Los, Colonel-Schwein! Oh! Was macht Adam? Was macht Adam? Ja! Was sind sie denn? Das gibt's doch nicht, dass ich niemanden erwischt hab' Ich konnte nicht mal brüllen! David, du musst am Rad höheren Vortritt lassen! Wenn du... Du darfst nur... Wenn du frähst, bist du angreifbar, wenn du damit nichts kriegst! Jaja, aber ich konnte auch generell nicht brüllen! Nefi is'n't! Lass' er! Er rennt weg! Er rennt weg! Er rennt weg! Er rennt weg! Es ist... Es ist... Brüllen! Jop! Die Schweine sind fast gefährlicher als das Monster! Kann man nicht zwei Monster sagen! Es war ja auch Chimera-Hand! Wir jagen ja... Alter! Oh, oh, oh! Jetzt wird geschnappert! Oh! Oh! Das versteht das nicht! Gut gemacht, Nefi! Ich hatte den Knopf auch ganz sicher angeguckt! Oh! Nein, Jake! Und jetzt ist es... Ah! Ah! Yes! Oh! Sieg! Daniel Daniel Daniel! Sieg! Daniel Daniel Daniel! Das ist kein Problem, Leute! Kein Problem, Leute! Kein Problem! Oh, ich bin irritiert worden! Kein Problem! Hallo! 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 Habt ihr gefrühstückt? Na, wo ist es denn das putzige Ding? Wo versteckt es sich? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich hab hier die... Was? Der Körnel, folgt den Körnel, Leute! Okay! Wir haben mehrere Körnel! Wo denn, Anne? Siegschwein! 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 Jag ist durch die Gasse! Anne! Nefi! Das ist so wie das Stierrennen, den Spanen... Hier lang, genau! Geht hier lang, Nefi! Da ist es! Siegschwein! Der Körnel kommt! Körnel, ich opfer mich! Gehen Sie sich vor, Major! 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 Ich hab es! Jawoll! Das ist gebändigt! Wo war das denn? Man kann echt gar nichts machen, als wie das Vieh ist! Siegschwein! Doch, eigentlich schon! Muss ich irgendwie in die Ecke stellen! Oh, ich will auch mal wieder das Monster sein! Da ist es schon! Da hängt an die... Lauf! Wo ist es? Bist 50 oder 40? 50! Noch nicht angreifen hierhin! Wo ist es? Das Siegschwein! Ah! Geklaut! Voll gemein! Aber der Schwanz bringt was! Ja, der schleudert die Leute weg! Scheiße! Wie viele Körnels wir schon haben! Ey, ey, ey! Weg hier! Grinch! Ich muss den einfressen! Jetzt kann ich nichts machen! Ja, Entschuldigung! Heee! Siegschweine! Heee! Heee! Wer ist das hier? Hä? Nein! 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 Los ihr Schweinebacken! Folgt mir! Scheiße! Okay! Grinch! Grinch! Was ist hier los? Wir verlieren! Es sind nicht mehr viele Schweinebacken da! Kannst du einfach was machen? Weil neben meinem Körner ist das so ein Wein? Siegt Schwein! Du bist Wartblatt mit dem Wein! Colonel Grinch! Was bin ich? Ich bin tot! Kommen sie da raus! Niemann! Komm da raus! Komm da raus! Komm da raus! Komm aus dem Gang raus! Du Schwo! Sie lieben auch Können! Ich lasse dich raus! Es liegen tote Schweine hier! Sie wurden zu schiefen verarbeitet! Sie schriegen Körnel! Töten sie noch! Ich bin im Gang! Komm hier raus! Ich hab ab! Körnel ist das richtige Weg! Das ist Grafik-Crab. Ach so, GoWooгля lebt auch noch oder was? No, I'm not! Das hab ich gesehen können, dass ich habe gesehen! Das Schwein was noch lebt, sollte vielleicht helfen! Ja! Hörp! 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 Oh nein! Hörp! 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 Für die Schweine und den Schinken. Drei Leute waren nur noch überall. Sieg Schwein. Sieg Schwein. Kapuze is it. Ich bin's. Sieg Schwein. Kommt her. Wo ist er? Kapuzen? Es wird gereicht. Nein. Oha. Lass den Colonel vor. Das hat er sich schmecken lassen. Was sollen wir tun? Angreifen, angreifen. Das hat uns geführt. Jeder für sich. Ist Colonel der höchste? Fuck. Jetzt. Ich mach das. Ach scheiße. Vertraut dem Colonel. Okay Colonel. Der Colonel geht weg. Der Colonel. Vertraut dem echten Colonel. Wuhu. Nightshade. Not bad. Not bad. Oh Shady. Oh war da eine Taschenlampe. Handball auf. Darlow ist jetzt nix mehr. Nightshade is it. Guck mal du kannst beides machen. Komm mal runter hier. Party. Wie machst du das? Party. Wie machst du das? Taschenlampe und Gruß. Ja. 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 Nein. 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 Ich hab doch so eh gespannt. Es gibt ein Bild von dem Monster. Es gibt ein Bild von dem Monster. Es ist ein Schrein. Noch zwei Runden. Ja du hast dich zu verliegt ja. Ich bin da echt. Schleichwerbung. Ich weiß nicht was du meinst. Ich hab mir den Rang verdient in Runde 2. Und so gewinnt. Hey Shady. Du werf sie mit Fässern. Folgt mir. So kann ich nicht mit der rechten Monster drücken. So geht das nicht. Weil du gerade im Sprinten bist. Hier bin ich. Ist das sogar das Aktuelle? Wie lange? Es gibt windvoll. Aber früher kann man dich wieder nicht hören? Doch doch. Oder? Jetzt geht's. Na ja. Angriff! Sing Schwein! Gut wärs jetzt noch gewesen wenn man mich wieder nimmer hätte hören können hier. Der Alte! Oh Tartu! Oh Tartu! Kapuze ist er da? Ja. Da ist er nicht. Er campt an der Ecke und glaubt wir kommen da ran. Nein! Wo denn? Nein! Ach verdammt. Wo ist er denn? Kapuze lebst du noch? Ich leb noch. Bei... Bei... Granz komm zu mir! Granz! Ich bin der echte Colonel. Nein! Los Geister block ihn! Wo ist er? Wo ist er denn so? Julia, Nigel, Granz und ich. Alle Geister sind hier. Granz, wo ist es? Das macht mir Angst. Ihr habt Angst! Es ist immer noch hier. Wo ist es? Bei B. Oder? Bei B. Hier gibt's kein Bombenplatz. Das war ne Geisel-Map. Ach so verdammt. Das war ne Geisel-Map. Da wo die Geisel sind dann. Wo ist es? Kapuze! Oh Gott! Du bist so Käpt'n... Granz! Du bist aber... Oh, da liegt ein Leichen, Granz! Was ist hier passiert? Da ist er! Das ist schon wieder mein Moose-Man! Pass mal auf! Da kommen die Schweine, eh! Granz, hol ihn dir! Hol ihn dir, Granz! Ohhhh! Ohhhh! Wie hat er das denn überlebt? Ich hab dir das Geld gedrückt! Ich auch! Ich kann übrigens nicht welche Maustaste drücken. Ich hasse es, ey! Das muss ich auch aufladen, Krabs. Das hast du einmal... Oh, Jesus! Jetzt bin ich kein Major mehr! Wie bei Attack on Titan! Wir sind... Ohhhh! Ohhhh! Krass! Du bist genau in meinen Biss gesprungen, ey! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Oh, ich bin jetzt grün! Oh, ich häng fest! Da ist sie! Ich häng fest! Oh nein, ich bin so ein Kackmann jetzt! Ja, geh fest! Ich komm mir nicht weg! Oh, dann noch ne Runde gleich! Ich... Rechte... Kannst du viel... Springen, ducken, irgendwas alles... Los, Schweine! Mach den Schweineturm! Es geht überhaupt gar nicht! Los! Los! Schweineturm! Springen auf meinen Kopf! Vielleicht auch drücken! Dreh dich wenigstens einmal um, Spiegel! Oh, 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 oh! Zeig uns das! Ohhhh! Ja! Das sah irgendwie lustig aus! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Sieg Schwein! Ich hab'n Fahrrad, Leute! Dann lass mich drücken! Dann lass mich drücken! Ich mach' ich drücken, ey! Ich lass mich drücken, Kapuze! Nein, ich kann ja hier auch was machen! Ich muss ja nicht aufgeben! Fans wanted for a new scene! Was? Nicht machen, Leute! Ich kann da nix, ey! Nein, mach das nicht! Komm her, dann komm her! Das ist ja fies! Und dann kommt ne neue, oder was? Ja, ich konnte mich nicht bewegen! Ich konnte mich nicht bewegen! Ach, du hingst da nicht fest? Ja, ich hing da fest! Sieg Schwein! Sieg Schwein! So! Wir verabschieden uns von der ersten Runde Ultimate Shemera Hunt und sehen uns nächstes Mal wieder! Macht's gut! Tschüss! 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 Tschüss!